Dominik Thalnamer, leider die letzte Europa-League-Reise. Ihr hättet euch mehr verdient anhand der Leistungen. Welchen Stellenwert hat diese Partie in Rassgrad? Ja, es ist unser letztes Europa-League-Spiel und wir haben viel investiert, dorthin zu kommen. Wir sind an den Weg über die Qualifikation gegangen. Tunaiskasträder, Sporting Lissabon. Wir sind sehr stolz, in der Gruppenphase spielen zu können. Das war unser erklärtes, großes Ziel und jetzt wollen wir es zu Ende bringen. Das 20. Pflichtspiel. Kein Team hat so viel wie ihr. Woher nehmt ihr immer wieder die Substanz? Ihr schafft es auch sehr gut, immer diesen Spagat hinzukommen zwischen Liga und internationalen Spielen. Ja, ich glaube, das ist einerseits dieser mentale Aspekt und der Fokus. Ich glaube, es geht nicht immer Bereitschaft, weil die Mannschaft hat Riesenbereitschaft, Leistung zu bringen, aber es ist oft schwer, diesen Fokus einfach wieder zu finden und mit einer guten Einstellung in das nächste Spiel hinein zu gehen. Das ist das eine. Und das andere ist, finde ich einfach, dass wir eine unglaublich gute Match-Fitness entwickelt haben und einfach in der Lage sind, einfach in diesem Rhythmus auf hohem Level spielen zu können. Und das ist, glaube ich, auch eine große Leistung auch meines Betreuerteams. Kommen wir zur Mannschaft. Von Rotieren halten Sie ja angeblich nicht so viel. Wer bleibt jetzt zu Hause außer den Langzeitverletzten? Ich habe gesehen, Hussein Balic ist wieder dabei. Ist er wieder ein Thema für die Startelf? Na ja, es ist ein Thema für einen langsamen Aufbau. Ich denke, dass es möglich ist, dass er eine gewisse Einsatzzeit bekommt, aber vielleicht über 25, 30 Minuten maximal. Und wenn er dann schmerzfrei ist, könnte er für Salzburg auch vielleicht wieder ein Thema sein. Und ja, Gernot Trauner blieb zu Hause, weil seine Frau ein Kind erwartet unmittelbar. Ja, und die anderen Ausfälle sind, glaube ich, eh auch bekannt. Natürlich müssen wir einiges kompensieren. Aber ich glaube schon, dass wir in diesem Spiel auch eine Mannschaft am Platz bringen, die in der Lage ist, einfach ein gutes Ergebnis, eine gute Spielleistung zu schaffen. Das heißt, James Rolland, der ja wirklich eine hervorragende Leistung geboten hat auf einer für ihn ja neuen Position in der Innenverteidigung, wird wieder diese Position, also dem Part, die Position von Gernot Trauner einnehmen? Voraussichtlich nicht. Ich denke, dass wir vor allem in dem Spiel jetzt sehr wenig Alternativen auf der Sechser-Position haben. Und dass James dort eine wichtige Rolle einnimmt, auch unter taktischen Aspekten, weil die auf eine gewisse Art und Weise spielen müssen und der Sechser da eine große Rolle spielt. Und wir werden da eine andere Lösung in der Innenverteidigung wählen. Abschließende Frage, also man hat jetzt die Bulgaren vor der Brust sozusagen im Hinterkopf schon Salzburg. Wie weit spielt dieses Spiel schon eine Rolle für die morgige Partie? Salzburg? Gar nicht, gar nicht. Also wir, wie gesagt, wir wollen mit der besten Mannschaft spielen. Und ich denke, einfach eine gute Spielleistung und Performance bringt uns Kraft für das kommende Spiel. Und wir wollen uns einfach so aus der Erolik verabschieden, wie wir es aus meiner Sicht oder unserer Sicht einfach verdient haben. Und das ist unsere Aufgabe, die Euroleague einfach gut zu spielen, weil wir einfach so viel dafür unternommen haben, dort spielen zu dürfen. Und jetzt bringen wir es, wie gesagt, zu Ende. Viel Erfolg dabei, auf richtigen Dank. Ja, Marvin Pottsmann, mit welchen Gefühlen fährt man denn das letzte Europa-League-Spiel? Ja, mit Vorfreude sage ich jetzt einmal, Europa League ist immer etwas Einzigartiges, etwas Schönes, was man sich hart erarbeitet hat. Und ich glaube, dementsprechend fährt man auch mit solchen Gefühlen dorthin. Und persönlich, was rechnet ihr euch aus? Ihr seid ja richtige Mentalitätsmonster, nehmt jedes Spiel ernst. Also bei euch gibt es ja eigentlich gar nicht mal, dass man so ein bisschen runter geht von der Anspannung. Nein, ich glaube, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Den Anspruch haben wir selber an uns. Klar ist es nicht immer einfach oder schwierig, aber wir gehen in jede Partie einfach mit 100 Prozent und dass wir da drei Punkte holen. Wie geht es dir persönlich? Auch gesunderlich? Du hast ja auch ein schwieriges Jahr gehabt. Definitiv mit der Verletzung und dann mit dem Coronavirus leider auch noch. War sicher nicht einfach für mich, aber jetzt bin ich zum Glück hundertprozentig wieder gesund. Und ja, jetzt geht es aufwärts. Wie ist das jetzt? Den bulgarischen Gegner vor der Brust und im Hinterkopf Salzburg? Ja, wir konzentrieren uns wirklich jetzt von Spiel zu Spiel, kann man sagen, wie es so schön heißt im Fußball. Aber bei uns ist es dann wirklich so, es ist jeder Gegner wichtig. Und wie gesagt, vorher auch schon gesagt, diese Europa-League-Spieler haben uns hart erarbeitet, auch wenn wir jetzt mehr keine Aufstiegschancen haben. Trotzdem ist es immer etwas Spezielles und Einzigartiges für den Fußballer, wenn man da international spielen darf. Du hast ja jetzt das erste Jahr auch schon miterlebt in der Europa League, jetzt das zweite. Habt ihr da nochmal einen Sprung gemacht, auch in puncto Reihe für Abgeklärtheit? Ja, ich glaube, im ersten Jahr war es doch nochmal ein bisschen was anderes, weil es einfach das erste Mal war für viele Spieler einfach von Euphorie und allem drum und dran. Und ja, es ist von der Reife überhaupt, muss man sagen, sicher. Und man lernt bei solchen Spielen einfach irrsinnig viel dazu, was Zweikampfverhalten hat, was Spielintensität und was auch der Fokus hat. Und ja, es tut einfach Vereinen gut. Ich glaube, ganz Österreich tut es gut, wenn da viele Vereine international vertreten sind, weil sie eben auch von hohen Qualität spricht. Dankeschön.